Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, heute bei meinem ersten Versuch eines kleinen Videos, um unsere Lehrtätigkeit hier auch wegzuhalten, damit wir ein bisschen miteinander im Gespräch bleiben, damit ich Ihnen noch ein paar Sachen zeigen kann. Gut, worum soll es gehen? Es gab eine Frage, wie man in der Webkarte das so gestalten kann, dass ich auf einen Circle Marker oder ein anderes Objekt im GeoJSON Layer klicken kann und daraus dann eine Webseite in einem anderen Teilbereich der Webseite angezeigt werden kann. Also nochmal, jetzt muss ich nochmal die Ursprungsseite hier laden. Also, nee, halt, das ist nicht richtig. So, mal speichern. So, laden wir neu. Nee, halt, das stimmt fast nicht. So, na, Sie sehen, das ist original hier. Wenn ich mehrere Videos mache, dann kann ich die nicht alle durchskripten. Das ist Ihnen hoffentlich klar. Das sehen Sie mir dann bitte danach. So, wo kann man das denn da? Na? So, also auf der Seite geht es eigentlich um Flugplätze und dann wünscht sich der Schüler, dass da nicht immer Frankfurt am Main, jetzt können Sie es hier sehen, Frankfurt am Main zu sehen ist, sondern, dass je nachdem, worauf ich klicke, die Pop-Ups und Maus-Auvers sind schon da für die ganzen Flughäfen, die als GeoJSON eingeladen wurden, soll dann sich die Webseite hier drüben ändern. So, wie kann man grundsätzlich da vorgehen? Ich werde es nicht komplett verraten, aber die Grundidee kann ich Ihnen auf jeden Fall zeigen. Was wir haben, wir haben die Webseite hier, das ist die gesamte Webseite im HTML-Bereich, also sehr wenige Diffs und das Diff, wo die Webseite dann angezeigt wird, also der Wikipedia-Auszug, ist das hier. Und das wurde mit einem iFrame gemacht. Das ist ganz nützlich eben, um eben dann nochmal so ein Browserfenster sozusagen zu öffnen. Hier sehen Sie den Link, der ist jetzt erstmal hier hart gecodet, Frankfurt am Main. Gut, und dann geht schon der Skript los. Hier, die Funktion hat erstmal kein Bewandtnis, die können wir ignorieren. Hier werden die Pop-Ups gemacht, wie Sie das kennen. Hier werden die WMTS, also die WMTS-Karrel-Schichten eingeladen. Und hier wird das GeoJSON importiert. So, und die GeoJSON-Layer und die Objekte, die daraus erzeugt werden, die können wir ja anfassen. So, wie fassen wir die an? Ja, eine Möglichkeit ist, also hier wollen wir einen Event-Listener einbauen, das kennen Sie ja noch von ganz von Anfang, Event-Listener einbauen, wo wir die Koordinaten auf Klick abgefragt haben. Dafür brauchten wir einen Event-Listener, damals im HTML. Jetzt verbinden wir den anders ein, und zwar direkt im Skript innerhalb der Leaflet-Geschichte. Und das funktioniert so, dass wir ein Objekt brauchen oder ein Layer-Objekt. Und dem können wir dann über die objektorientierte Notation Events anhängen. Das funktioniert so, indem ich jetzt auf dieses Layer gehe. Das ist, also Flughäfen haben wir hier definiert, das ist dann ein GeoJSON-Layer. Da wird dann alles reingeladen, pipapo, in CircleMark umgewandelt, kennen wir alles. Und dann muss ich einfach nur sagen, Punkt für die Objektorientierte Notation, und dann sage ich einfach On. Und dann kann ich Events, die auf dieser Flughäfenschicht passieren, abfangen. Und welches will ich abfangen? Ich will abfangen einfach einen Klick. Das geht dann so, als Parameter übergebe ich dann Klick, und dann erzeuge ich eine Funktion, wie wir das so kennen. Die Funktion soll das Klick-Event abfangen und alle Informationen, die wir von dem Klick-Event dann haben, also Ort, wo wurde geklickt, was wurde geklickt, das ist ja das, worauf wir hinaus wollen. So, und weil wir jetzt die Inline definieren, kriegt die Funktion keinen Namen, sondern wir definieren die komplett jetzt hier in den geschweiften Klammern schon, so wie wir das haben. Als erstes fangen wir uns erstmal den Ort ab, wo das geklickt wurde. Da mache ich jetzt hier Klick-Marker. Welcher Marker wurde geklickt? So ist der Name gedacht. Und wie kriege ich das raus? Naja, aus dem Event-Objekt auf jeden Fall schon mal. Und früher hätte man jetzt hier Layer geschrieben. Macht man aber nicht mehr. Das ist veraltet. Man soll jetzt schreiben Propagated from. Das ist gar keine schwarze Kunst. Woher weiß ich das? Das kann man in der Leaflet-Dokumentation nachlesen. Da können Sie einfach mal gucken, über welche Events verfügt etwas. Das können Sie dann da gucken. Propagated from ist eben eine ganz klassische Möglichkeit. So, das heißt, das Event-Objekt, dann dabei das Objekt, das angeklickt wurde. Und dann haben wir immer noch das gesamte Objekt. Und von dem gesamten Objekt wollen wir ja nur das eine Feature wissen. Und da wollen wir in die Properties. Das kommt Ihnen hoffentlich jetzt langsam bekannt vor. Und da ist eine Property, die der Schüler definiert hat, Stadt. Da steht der Name der Stadt. So, dann gucken wir mal, ob der Name der Stadt richtig rausgegeben wird. Dann machen wir uns einen Konsolen-Log. Und schauen uns das gleich mal an. Console-Log. Und dann einfach nur Klickmarker. Das müsste ja Text sein. Wenn Feature-Properties-Stadt ein Text ist, dann sollte das ja funktionieren. Okay, schauen wir uns an. Speigen, Speigen und Neulorden. So, machen wir das hier. Ja, wir sehen natürlich nichts. Console-Log sehen wir natürlich nur im Untersuchungsmodus hier, wenn wir die Konsole öffnen. Hallo, hallo. Erlägt. Ah, Urals kann man schon sehen. Aber können Sie nochmal gucken. Abuja in Nigeria. Können Sie hoffentlich lesen. Sonst nicht. Geh nochmal rein. So, Abuja. Können Sie lesen. Das ist da, wo ich geklickt habe. Gut, das funktioniert also. Damit können wir Attribute abgreifen auf einem Klick-Event. Wunderbar. Und dann... Wo muss ich zurück? Da. Wollen wir nicht nur das machen. Wir wollen ja eigentlich den Iframe ändern. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist ganz klassisch über das DOM, das Document Object Model. Das heißt also, document get element by ID. Ne, by ID muss klein sein. Also müssen wir die ID angeben. Und die war hier oben. Müssen wir schauen, wie hieß das Iframe. Das Iframe hieß Website. Und hier wieder runter. Füllen das ein. Uh, uh, wo bin ich jetzt? Nicht verrutscht. Da, genau. Ja, die holen wir uns. Dann sind wir auf dem Iframe drauf. Und dann können wir die Quelle einfach ändern. Ändern die Quelle einfach. Und, äh, ich will die ändern in was viel schöneres, als, ähm, einfach nur die Stadtbeschreibung von meiner Stadt. H-T-P-S. Und wir haben es schon gesehen am Anfang, was ich da machen will. Die Wikipedia-Seite. Und in dem Fall, dot org. Was haben wir da? Und dann nehmen wir mal die gute alte 80er-Jahre-Serie. Oder 80er-Jahre-Serie. Also 70er, 80er-Jahre-Serie. Kampfschnellengombaktiker. Mit Starbuck und Apollo und dem Silver Sparks Sparda. Und all diesen schönen Dingen. Ähm. Die dann später alle irgendwie nochmal neu verfilmt wurden. So, dass mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Aber das war der heiße Scheiß damals. Das ist richtig guter Kram. Ähm. Ähm, so, ähm, jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also hier, Document, GetAleby, ID, Website. Und dann einfach die Source ändern. Jetzt schauen wir mal, ob das hier jetzt klappt. Ne, hier steht immer noch Frankfurt am Main. Und wenn ich jetzt auf irgendeine Stadt klicke, Peking in dem Fall, steht hier Peking und der Iframe ändert sich. Okay. Das ist eigentlich schon der ganze Trick. Ähm. Was jetzt noch übrig bleibt ist, aus hier diesem Stadt, ne, das Textattribut, das steht da in Klickmarker. Das muss ich irgendwie hier so konkatenieren, also verketten, dass sich der Link dann immer mit der Stadt ändert. Dieses Rätsel überlasse ich Ihnen aber erstmal selber zur Lösung. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.